Der deutsche Soziologe Niklas Luhmann hat in seiner 30-jährigen Forschungstätigkeit eine Theorie der Gesellschaft entwickelt, die den Anspruch hat, alle sozialen Phänomene erklären zu können. Die Systemtheorie. Die Fragestellung, die seiner Theorie zugrunde liegt, ist die nach der Möglichkeit sozialer Ordnung. Einen kleinen Überblick über die Antwort, zu der Luhmann in 30 Jahren intensiver Forschung gelangt ist, bekommt ihr hier. Bevor wir uns Luhmanns Systemtheorie anschauen, will ich euch zunächst mal einen kurzen Abriss über seinen Werdegang geben. Luhmann wird 1927 in Lüneburg geboren. Nach dem Krieg entscheidet er sich 1946 für die Aufnahme eines Studiums der Rechtswissenschaften. Das ist jetzt insofern interessant, als dass man ja mit Blick auf seine soziologische Theorie vermuten könnte, dass er ganz klassisch Sozialwissenschaften studiert hat. Hat er eben nicht. Und vielleicht ist dieser ganz spezielle Zugang, diese besondere Art und Weise des Denkens ein ganz entscheidender Grund für die Innovationen in seiner Theorie. Dazu aber später mehr. Nach seiner Ausbildung arbeitet er 13 Jahre lang in der Verwaltung. Erst am Oberverwaltungsgericht, ab 1955 dann im Kultusministerium. Während dieser Zeit muss sich Luhmann intensiv mit wissenschaftlichen Texten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, vor allem aber aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, befasst haben. Also Luhmann muss sich ein immenses Wissen autodidaktisch angeeignet haben. 1960 kommt es dann zu einem ziemlich krassen Wendepunkt in seiner Karriere. Luhmann erhält nämlich ein Stipendium für die Harvard University, an der er dann ein Jahr lang bei Talcott Parsons, das ist der Begründer der strukturfunktionalistischen Systemtheorie, bei dem darf er studieren. Wieder zurück in Deutschland geht Luhmann den eingeschlagenen Weg dann weiter. Zunächst geht er in die Forschung, veröffentlicht dann 1964 sein erstes Buch und wird 1968 Professor für Soziologie an der Uni in Bielefeld. Als 1997 sein Hauptwerk, die Gesellschaft der Gesellschaft, erscheint, hat Luhmann einen beeindruckenden Theoriekomplex geschaffen, der in seinem Umfang und in seiner Erklärungskraft, aber gleichzeitig auch in seiner Komplexität und Abstraktheit seinesgleichen sucht. Ein Jahr später, also 1998, stirbt Luhmann dann. Ich will mal versuchen, euch die wichtigsten Grundlagen seiner Theorie vorzustellen. Der Luhmann ja eine Systemtheorie entwickelt hat, ist es vielleicht sinnvoll zu schauen, was Luhmann eigentlich meint, wenn er von Systemen spricht. Viel weiter werden wir auch nicht kommen. Der Meister selbst sagt dazu in einer seiner Vorlesungen Folgendes. Ein System ist die Differenz zwischen System und Umwelt. System als Differenz, das klingt paradox und diese Formulierung lässt vielleicht schon erahnen, dass Luhmanns Theorie alles andere als allgemein verständlich ist. Nähen wir uns dem mal Schritt für Schritt an. Der Differenzbegriff spielt für Luhmann eine außerordentlich bedeutsame Rolle. Für Luhmann ist nämlich Differenz der Beginn von allem. Denn ohne Differenz ist weder ein Erkennen noch nur Ordnung möglich. Ich mache mal ein Beispiel aus der Physik, um das zu veranschaulichen. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Higgs-Feld gehört. Mit diesem Feld kann erklärt werden, wie die einzelnen Elementarteilchen eigentlich zu ihrer Masse kommen. Was jetzt mit Blick auf die Bedeutung der Differenz wichtig ist. Dieses Higgs-Feld ist nicht mit unseren Sinnen und auch sonst mit keinem anderen Messinstrument der Welt direkt nachweisbar. Es macht keinen direkten Unterschied. Dass es überhaupt existiert, könnten wir also niemals erkennen. Wenn nicht, ja wenn es nicht mit den Elementarteilchen wechselwirken würde. Versteht ihr, dass es existiert, wissen wir nur dadurch, dass es eben doch einen Unterschied macht. Jedes Erkennen setzt immer Differenz voraus. Das ist bei Systemen nicht anders. Die Existenz eines Systems liegt darin begründet, dass es sich in seinen Elementen und in der Beziehung dieser Elemente untereinander von der Umwelt, von der das System aber natürlich immer ein Teil ist, unterscheidet. In der Aussage, ein System ist die Differenz zwischen System und Umwelt, steckt aber noch viel mehr. Luhmann lehnt die Vorstellung ab, dass Systeme als eigenständige Objekte verstanden werden können, die man auf ihre Strukturen und Prozesse hin untersuchen kann. Wenn ich meinen Blick einzig auf den Untersuchungsgegenstand, also das System, verstanden als die Einheit von Elementen und deren Beziehung untereinander richte, dann verliere ich darüber die Umwelt des Objekts aus dem Blick, von der die Strukturen und Prozesse aber immer abhängen. Ich habe dann mal eine Geschichte von Paul Watzlawick gehört, bei der richtig anschaulich deutlich wird, wie entscheidend es ist, bei der Beobachtung eines Objekts die Umwelt mit zu berücksichtigen. Ich spiele euch das einfach mal vor. Im VH, vielleicht haben Sie das gelesen vor, glaube ein oder zwei Jahren, ging durch die Weltpresse ein Bericht darüber, dass in dem vermutlich sehr eleganten Reitclub der Stadt San Paolo, die das Geländer der Terrasse erhöht werden musste. Denn es war schon mehrfach vorgekommen, dass Leute rücklinks über dieses Geländer hinuntergefallen waren und sich schwer verletzt hatten. Jemand ging der Sache nach und entdeckte, was eigentlich der Verhaltensforschung seit Langem bekannt ist, nämlich, dass es in jeder Kultur eine richtige Entfernung gibt, die man stehend im Gespräch mit einer anderen Person einnimmt. In unseren Gegenden, Westeuropa und so weiter, auch in Nordamerika, ist diese richtige Distanz die sprichwörtliche Armslänge. In den Mittelmeerländern und in Südamerika ist diese Distanz aber kürzer. Und nun stellen Sie sich bitte vor, was geschah, wenn also ein Nordamerikaner und, sagen wir mal, ein Brasilianer auf dieser Terrasse ins Gespräch kamen. Der Nordamerikaner nahm die Distanz ein, die die richtige ist. Der Südamerikaner fühlte sich viel zu weit weg, rückte auf, um die richtige Distanz herzustellen. Der Nordamerikaner ging zurück, um die richtige Distanz herzustellen. Und es kam dann der Moment, wo er eben dann rücklinks über das Geländer fiel. Wollte man den Fehler begehen, den man in meinem Fach eben leider immer noch begeht. Das heißt, nur diese eine Person, das Verhalten dieser einen Person zu untersuchen, dann käme man wohl eigentlich unweigerlich zu der Interpretation, dass es sich um einen Todestrieb handeln muss. Nur wenn man die Interaktionen betrachtet und die Wirklichkeit, die aus dieser Interaktion heraus entsteht, dann beginnt man zu verstehen, dass die Dinge doch wesentlich anders liegen. Geniale Geschichte, wie ich finde. Also, Luhmann betont, dass sich Systeme stets im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern, wobei die Umwelt selbst auch einem ständigen Wandel unterzogen ist. Er trägt dieser gegenseitigen Abhängigkeit Rechnung, indem er ein System nicht als ein Objekt, sondern als eine Differenz definiert und damit die Umwelt stets einschließt. Wie Luhmann zu dieser abstrakten Begriffsbestimmung von System kommt, ist jetzt hoffentlich zumindest mal etwas klarer geworden. Was unter System und Umwelt verstanden werden kann, wissen wir jetzt aber immer noch nicht so genau. Es gibt verschiedene Systeme. Wir konzentrieren uns jetzt aber mal der Anschaulichkeit halber auf die Sozialen. Ihr fahrt mit euren Freunden mit dem Bus in die Stadt. Ihr geht mit eurer Partnerin oder eurem Partner etwas trinken. Ihr besucht die Sprechstunde eures Hausarztes. Ihr spielt ein Gesellschaftsspiel mit eurer Familie. All das sind einfache soziale Systeme. Luhmann nennt sie Interaktion. Und Umwelt dieser Systeme ist ganz einfach alles andere. Ihr braucht kein Luhmann, um zu erkennen, dass sich die Beziehungen der Elemente in diesen Systemen voneinander unterscheiden. Natürlich ist euer Erleben und Verhalten bei eurem Hausarzt anders, als im Gespräch mit euren Freunden. Diese beispielhaften Interaktionen, also Brettspiele spielen, mit Freunden treffen und so weiter, das ist die Grundlage für Gesellschaft. Gesellschaft ist selbst ein soziales System und schließt alle anderen sozialen Systeme ein. Dazu gehören neben den beispielhaft genannten Interaktionen auch Organisationen. Jetzt wird es etwas abstrakter. Luhmann sagt nämlich, dass alle sozialen Systeme nichts anderes sind als Kommunikation. Für ihn geht es nie um handelnde Personen in einem spezifischen Kontext. Es geht also nicht um euch beim Arzt. Es geht immer nur um Kommunikation. Ihr ordnet euch sozialen Systemen zu, indem ihr Teil der Kommunikation dieser Systeme werdet. Das jeweilige System existiert auch ohne euch und zwar so lange, wie es kommuniziert. Erst wenn nicht mehr kommuniziert wird, hört das System auf zu sein. Ich weiß, das ist schon irgendwie abgefahren und es wird jetzt auch nicht einfacher. Luhmann meint mit Kommunikation nämlich weit mehr als das, was wir intuitiv mit dem Begriff verbinden. Er sieht Kommunikation als Einheit von Information, Mitteilung und Verstehen. Alle drei Elemente sind nach seinem Verständnis Selektionen aus der Umwelt. Damit es verständlicher wird, müssen wir uns mit dem Unterschied zwischen System und Umwelt beschäftigen. Ein ganz elementarer Unterschied liegt in der Komplexität. Komplexität können wir hier jetzt einfach mal als den Horizont der Möglichkeiten definieren. In der Umwelt, also alles andere, gibt es eine große Vielfalt an Verhaltensmöglichkeiten. Und das ist für uns Menschen ziemlich überfordernd. Wir können nämlich diese Vielfalt an Möglichkeiten nicht überblicken. Wenn potenziell alles möglich ist, ist nichts von dem, was um uns herum geschieht, vorhersehbar. Wie soll man sich in diesem Chaos selbst verhalten? Ein Zustand, der uns komplett in Stress versetzt. Und das können wir uns nicht zumuten. Also muss die Komplexität reduziert werden. Und genau diese reduzierte Komplexität finden wir in sozialen Systemen. Über Regeln und Routinen schafft sich der Mensch Ordnung und Verlässlichkeit. Wir wissen, wie es läuft, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, wenn wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, wenn wir eine öffentliche Toilette benutzen und so weiter. Also wir reduzieren Komplexität, indem wir den Horizont der Möglichkeiten eingrenzen und werden dadurch handlungsfähig. Und vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Komplexitätsreduktion wird jetzt auch Luhmanns Kommunikationsbegriff nachvollziehbar. Verstehen, Information und Mitteilung in einem System ist bereits immer eine Auswahl aus einer unüberschaubaren Fülle an Möglichkeiten der Umwelt. In diesem Zusammenhang führt Luhmann einen Begriff ein, den er als Grundbegriff der Soziologie auffasst. Nämlich den Sinn. Sinn ist nach Luhmann nichts weniger als die Ordnungsform des menschlichen Erlebens. Über Sinn wird Komplexität verarbeitet. Es ist die Einheit der Differenz von dem, was aktuell gegeben ist, und dem, was potenziell mit Blick auf die Komplexität der Umwelt noch möglich ist. Der Sinn grenzt damit das System von der Umwelt ab. Ich hoffe, ihr könnt gedanklich noch folgen. System und Umwelt lassen sich durch das Gefälle an Komplexität ganz klar voneinander abgrenzen. Sie sind damit kommunikativ geschlossen. Luhmann spricht hier von einer operationalen Geschlossenheit. Aus dem System gehen keine Operationen raus. Und in die Umwelt kommen keine Operationen rein. Diese Überlegung ist super interessant. Wenn nämlich die Operationen eines Systems von der Umwelt nicht beeinflusst werden können, dann wird es praktisch unmöglich, ein System von außen zu verändern. Also zumindest mal genau nach den eigenen Vorstellungen zu verändern. Machen wir dazu ein Beispiel. Eine Partei regiert Deutschland und macht Politik. Sie versucht also den Interessen unterschiedlicher Akteure gerecht zu werden, um wiedergewählt zu werden. Und dadurch natürlich ihre eigene Macht zu erhalten und auszuweiten. Aus der Umwelt wird vom System Regierungspartei nur das wahrgenommen, was an dessen Kommunikation, also an dessen reduzierte Komplexität, anschlussfähig ist. Interessant sind da natürlich zum Beispiel Stimmungen, Meinungen, Haltungen aus der Bevölkerung und von unterschiedlichen Interessensverbänden. Was in unser System hier jetzt also eingeführt wird, sind Irritationen als Informationen. Alle anderen Informationen aus der Umwelt sind für das System nicht mehr als Hintergrundrauschen. Also zwar da, aber ohne Sinn. Jetzt nehmen wir mal an, die Partei vernachlässigt in den Augen einer breiten Bevölkerungsschicht den Klimaschutz. Innerhalb der Gesellschaft entsteht nun eine Protestbewegung. Und diese Protestbewegung verfolgt durch ihr Handeln das Ziel, dass die Regierungspartei in Sachen Klimaschutz aktiv wird. Aber kann denn tatsächlich davon ausgegangen werden, dass die Proteste genau den gewünschten Effekt erzielen werden? Gehen wir von der operationalen Geschlossenheit von Systemen aus, dann können wir die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Die Protestbewegung kann nicht überblicken, wie das System Regierungspartei die Irritationen aus der Umwelt operational verarbeitet. Niemand kann abschätzen, wie das System reagiert und welche Folgen das alles mit sich bringt. Ein Worst-Case-Szenario, wenn man das Ganze weiterdenkt, wäre zum Beispiel das Erstarken populistischer Parteien, die der Bevölkerung vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme vorgaukeln. Ich will mich hier im Übrigen nicht gegen Demonstrationen und Proteste aussprechen. Ich wollte einfach nur die operationale Geschlossenheit und Luhmanns Denke einem Beispiel veranschaulichen. Ich vermute mal, dass ihr jetzt nachvollziehen könnt, warum ich eingangs gesagt habe, dass Luhmanns Theorie alles andere als allgemein verständlich ist. Mit diesem Video haben wir auch nur an der Oberfläche seiner Theorie gekratzt. Wenn man bedenkt, dass er 30 Jahre lang an seiner Systemtheorie gearbeitet hat, ist das vielleicht aber auch verständlich. Ich verabschiede mich mit einem Flug in ein Mandelbrot-Fraktal. Fraktale, das sind geometrische Figuren, die immer ähnlich aussehen, egal wie weit man hineinzoomt. Das passt deswegen so gut zu Luhmanns System, weil sich auch innerhalb von Systemen die Differenz von System und Umwelt wiederholt. Außerdem sind diese Fraktale genauso abgefahren wie seine Theorie. Ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.